So meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video, danke fürs Einschalten, herzlich willkommen, ich hoffe ihr hattet bislang schon ein schönes Wochenende, das Wetter hat bei uns auf jeden Fall ganz gut gestimmt und dementsprechend legen wir jetzt los mit dem Video und als erstes wirklich eine ganz tolle Nachricht, die euch gebührt, die wirklich euch gebührt, denn ihr habt das Ganze natürlich mit ermöglicht, meine Community, genauso wie auch die Community von Dennis und es geht hier speziell um die Fluthilfe, die wir geleistet haben unten in Ahrweiler und permanent auch weiterhin noch leisten. Und das geht nur dank eurer Unterstützung. Der Moneypool hat nämlich über 60.000 Euro zusammengesammelt. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn und das ist ganz klar natürlich euch zu verdanken, dass wir exakt 60.480 Euro hier gesammelt haben und ich blende euch jetzt hier an der nächsten Stelle ein paar Bilder ein. So haben wir nämlich hier zum Beispiel eine Aktion, die der Dennis jetzt auch durchgeführt hat. Er hat zig Waschmaschinen gekauft für die Leute unten und da ist eine ausgelieferte Waschmaschine und genauso aber auch OSB-Platten, die benötigt werden, um natürlich die ganzen Reparaturen durchzuführen und so weiter und so fort. Er schreibt nämlich hier bei Facebook, der Hänger voller OSB-Platten zum Abdichten von kaputten Fenstern und Türen steht auch zur Abfahrt bereit, wird natürlich ausgeliefert. Und eine weitere sehr, sehr geile Aktion, die man natürlich nur mit so viel, unsagbar viel Geld machen kann, hatte ich in meinem letzten Video letzte Woche ja schon darüber berichtet, dass er auch hingegangen ist. Und der Dennis als Autoexperte sich gut auskennt mit seinen Kollegen zusammen und dass man sagt, wir kaufen alte gebrauchte Autos, machen die technisch wieder fit, machen da auch neuen frischen Tüpf drauf und dann werden die an bedürftige Familien ausgeteilt, die wirklich ohne Auto komplett aufgeschmissen sind und so ein altes Auto hatten, das halt noch nicht mal mehr eine Teilkasko versichert hatte, Versicherung hatte und dementsprechend natürlich gar keinen Ersatz bekommen hat, weil nur bei einer Haftpflicht wird das halt nicht ersetzt. Bei den eingeblendeten Bildern, ihr seht das hier, eine Dame mit dem Passat Kombi, dann hier dieser Renault, was auch immer das ist, ein Scenic, sehe ich gerade hinten draufstehen, dann die Dame, die einen Kuchen und das Auto bekommen hat mit dem Corsa, das am Start ist, also wirklich tolle, tolle Aktion, muss man wirklich sagen und nochmal, das gebührt euch dieser Dank an dieser Stelle. Ja und als nächstes eskaliert mal wieder ein Thema mit oder um die Grünen und das ist ziemlich interessant, wenn man sieht, was verschiedene grüne Politiker doch für eine Rechtserfassung haben. Also mal ausgeholt, wir wissen um die Situation, dass in einigen Tagen in zahlreichen Städten in Deutschland, ja ich sag mal Plakate veröffentlicht werden, die grün aussehen, also grün wirklich auch in der Farbe und so aussehen, als ob es Plakate von der Partei die Grünen wären. Jedoch sind sie das nicht. Man weiß nicht genau, wer der Auftrag oder man weiß gar nicht, wer der Auftraggeber ist. Angeblich soll die AfD da mit drin stecken, die AfD weist aber die Vorwürfe von sich und es geht nämlich speziell darum, dass ja zahlreiche Plakate da aufgehangen wurden und auf denen steht dann zum Beispiel drauf, ist erstmal so dieses Logo quasi von den Grünen, ist ja eine Sonnenblume, die ist aber komplett verwelkt, guckt dann auch so ein bisschen grimmig und da steht erstens dann davor Sozialismus, zweitens Bevormundung, drittens Verbote. Und zahlreiche andere Plakate, wo einige Aussagen über die Grünen drin sind, die ich definitiv so nachvollziehen kann und nicht als Hetzkampagne oder ähnliches empfinde, denn wenn man sich das Wahlprogramm der Grünen anguckt, dann ist es das, dann ist das eine klassische Verbotspartei und warum sollte man diese Meinung nicht vertreten dürfen in dem Land, das verstehe ich nicht. Ja, diese oder eine andere Rechtsauffassung hat aber jetzt hier ein grüner Politiker und das ist niemand geringeres als der Schleswig-Holstein, nicht ihr Umweltminister, Jan Philipp Albrecht, von den Grünen vermietet, werden hier die Werbeflächen zum Beispiel von der Firma Ströer, wird der ein oder andere kennen. Und die sagen dann, oder er sagt dann, Zitat, wenn Ströer nicht offenlegt, wer die von ihnen veröffentlichte Hetzkampagne gegen Grüne finanziert hat, sollte dies in jeder Kommune und jedem kommunalen Unternehmen zum Anlass genommen werden, dieser Firma keine weiteren Aufträge mehr zu erteilen. Was ist das für eine Rechtsauffassung, wenn ich da jetzt hingehe und lasse mir ein Plakat drucken, ich mag Merkel nicht, ich bin gegen Merkel, Merkel abschaffen, was weiß ich, kommt dann irgendjemand hier, Jens Spahn oder ähnliches von der CDU und sagt, nee, mit dem Olli soll keiner mehr hier irgendwas machen und wenn es nicht verraten wird, dass ich es war, soll es dann darauf hinauslaufen, die Firma Ströer darf nicht mehr mit verschiedenen Städten zusammenarbeiten, weil sie nicht sagen, dass ich das war? Was ist das für eine Auffassung unseres Rechtes? Das nennt man Wahlkampf. Und klar, Wahlkampf kann schmutzig sein, Wahlkampf muss nicht immer gut sein, wie man ja hier sehen kann. Aber auf der anderen Seite, ich sehe hier keine Lügen, die angebliche Hetzkampagne oder ähnliches, wie es ja auch von zahlreichen Grünen-Politikern genannt wurde, kann ich nicht nachvollziehen, aber auch teilweise von der SPD, die sich da ja Pflichten beigestellt haben. Aber finde ich interessant, dass man das versucht, natürlich wieder hier so rüberzubringen. Aber nochmal, schaut euch das grüne Wahlprogramm an, das sind die Wahrheiten. Das ist das, was passieren wird, wenn wir die Grünen bekommen. Und so heißt es dann hier, nämlich von der Firma Ströer zur Bild, wir üben keine Zensur aus. Wenn eine Werbeanzeige rechtskonform ist, dürfte Ströer sie gar nicht ablehnen. Und es ist auch gut so, dass die das gar nicht erst dürfen. Weil dann würde ja direkt wieder eine Wertung da reinkommen und man sagt, ne, da haben wir jetzt einen Geschäftsführer oder einen Zuständigen, der die Werbekampagnen auswählt. Ja, der wählt aber die Grünen. Ne, dann wählt der jetzt, ne, dann nimmt der halt andere Wahlwerbung da auf oder ähnliches. Auf die AfD nochmal bezogen heißt es nämlich hier, trotz inhaltlicher Übereinstimmung, jede Verbindung weisen sie zu der Kampagne von sich. Sie fürchtet den Vorwurf der illikalen Wahlkampffinanzierung. Ich bin gespannt, wie das Ganze hier weitergehen wird, aber wir sehen doch, wie gespalten quasi die Bevölkerung in Deutschland doch einfach ist. Viele Leute möchten einfach nicht diese grüne Politik, finden solche Anzeigen hier sinnvoll und gut und weisen dann auch ganz klar, wie bei Twitter zu sehen, darauf hin, mit Zitaten aus dem grünen Wahlprogramm, was die dort wirklich vorhaben, was geplant ist und dass das keine Lügen sind oder ähnliches. Und andere von den Grünen aus diesen Lagern kommen halt direkt um die Ecke, das ist rechts, das darf nicht sein, etc. pp. Schreibt mal eure Meinung unten rein. Ja, als nächstes geht es darum, hat Frau Baerbock wieder mal abgeschrieben. Ihr habt richtig gehört, das ist jetzt wieder mal eine Diskussion, die ja gerade aufgeht, gerade gestern ist das Ganze gestartet. Wir hatten ja gestern den 60-jährigen Mauerbautag, heißt das so, nennt man das so? Also gestern vor 60 Jahren wurde die Mauer gebaut und die Leute eingesperrt, weil sie aus dem sozialistischen System fliehen wollten. Ganz klare Sache. So, und dementsprechend, der Ergo-Nerd hat das Ganze wieder mal gut hier dargestellt per Twitter. Und so hieß es nämlich in NTV, morgens früh um 8, 9 Uhr in einem Artikel, Zitat, die DDR sperrt ihre Bürger ein. 13. August 1961 war es nebenbei gesagt. Die Berliner Mauer war der in Beton gegossene Kalte Krieg. Zitat. Annalena Baerbock postet ein bisschen später, 10.53 Uhr, Zitat, die innerdeutsche Grenze war der in Beton gegossene Kalte Krieg. Kommt irgendwie bekannt vor, hat man doch gerade schon mal gelesen, oder? Also, ich weiß nicht, macht die Frau das extra? Ist das bewusst? Also, der absolute Knaller. Um 8.07 Uhr wurde nämlich der NTV-Artikel geschrieben. Und da hatte auch wirklich ein User nämlich hier gefragt, Hans W. Altmann. Auffällig. Aber sie können nicht ausschließen, dass NTV den Artikel umformuliert hat. Und Hanna hat darunter geschrieben, NTV hat bei Baerbock abgeschrieben. So wird das gewesen sein. Genau. Ja. Also, macht jetzt mal im Ernst. Macht die Frau das extra? Will die damit ihre Presse bekommen? Das muss doch, das ist doch logisch. Also, NTV, das lesen, was weiß ich, wie viele, 100.000 Leute pro Tag. Und ihre Tweets dann ebenfalls auch Zehntausende. Und dann ist es doch nur logisch, dass der eine und der andere das zusammenrechnen und sehen. Ja, Moment, den Satz kenne ich doch. Der ist ja so klar formuliert. Habe ich doch irgendwo schon mal gelesen, oder? Schreib mal eure Meinung unten rein. Ja, nächstes Thema ist Armin Laschet mal wieder. Und es läuft wirklich nicht gut für ihn. Ich habe ja seit zwei, drei Monaten immer noch die Theorie, dass es passieren kann, dass Söder um die Ecke kommt. Und das heißt, Armin Laschet, er packt das nicht. Irgendwie wird er intern dazu gedrängt oder ähnliches, das passieren könnte. Und er wird zurücktreten. Und sagen, nein, der Söder macht das jetzt, würde das nächste laufen. Könnte ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Und wenn das so kommen sollte, dann wird Söder Bundeskanzler. Davon könnte er ausgehen. Davon könnte er ausgehen, diesen Hardliner. Einige mögen ihn, andere verachten ihn komplett. So, und dementsprechend jetzt zurückzukommen auf Armin Laschet, das läuft nicht gut für ihn. Und die Presse macht halt wirklich alles, um ihn wirklich auch schlecht zu machen, habe ich mittlerweile das Gefühl. Er bietet natürlich auch genug Angriffsfläche dafür. Und er war jetzt hier, um ein bisschen Wahlkampf, ein paar positive Bilder und sowas zu erzeugen, mit Elon Musk auf der neuen Baustelle bei Berlin in Grünheide. Und haben sich das Ganze ein bisschen angeguckt. So das übliche, bla bla, kommt nichts Inhaltliches, soll es bei rum. Aber es gab dann ein kleines Gespräch, wo Armin Laschet von Elon Musk, in Anführungsstrichen, ein bisschen ausgelacht wurde. Und ich finde diese Situation, diese Szene wird viel zu hoch gehypt. Denn, also, das Gespräch bei folgendem ist Armin Laschet im brillanten Englisch, sagt was davon. Was wäre die Zukunft von Autos und so weiter? Wäre die elektrisch oder wäre die doch über Wasserstoff? Und Elon Musk natürlich, ach, das ist eine unwürdige Diskussion, die er übrigt sich so ungefähr. Da drückt er sich auf Englisch und lacht dann nur, so total überschwänglich. Ja, aber Leute, das ist doch logisch. Das liegt nicht daran, weil er inhaltlich schwachsinnige Frage oder Aussage gemacht hat, der Armin Laschet. Und Elon Musk hier das Maß aller Dinge ist. Und keine Frage, ich bin ein großer Fan oder so nicht. Aber ich bewundere den Mann schon, weil er Visionen verfolgt und die auch gut umsetzt. Das muss man ihm lassen. Das ist doch nicht das Maß aller Dinge jetzt, nur weil er eine gute laufende Autofirma hat. Ist das doch nicht so, ja, Tesla, ja gut, die bauen jetzt Batterien. Okay, und der lacht, ja, dann wird er recht haben. Das ist doch Bullshit. Das ist doch Bullshit. Und Laschet geht hin und sagt eine wirklich ganz richtige Sache. Er sagt nämlich, es geht darum, was Tüftler, was Ingenieure, was Wissenschaftler in der nächsten Zeit weiterhin entwickeln und bauen werden und so weiter. Und das soll nicht die Politik entscheiden, sondern das sollen diese Leute machen über die Innovation. Und es wäre wirklich schön, wenn das so ist, weil das Problem ist ja, Herr Laschet, wir sehen ja einfach, dass die Politik immer wieder in diese Mechanismen oder ihre Mechanismen, die sie zur Möglichkeit hat, ausnutzt. So zum Beispiel Kfz-Steuer, die für Elektroautos komplett weggemacht wurde. Ist eine absolut bodenlose Frechheit. Gerade durch die schweren Batterien in den Fahrzeugen nutzen die die Straßen noch mehr ab, als unsereins mit einem Verbrenner das tut. So und dementsprechend, Elon Musk musste doch darüber lachen über diese Aussage. Musste doch darüber lachen, weil er natürlich Elektroautos verkauft. Würde er auch oder nur Wasserstofffahrzeuge verkaufen, wäre es doch nur ein logisches, dass er darüber nicht lachen würde. Oder sehe ich das falsch? Und ich freue mich auf das Gesicht oder auf das nicht mehr Lachen von Elon Musk, ganz ehrlich, wenn es in Deutschland so weit kommt, ist ja geplant, dass 500.000 Autos gebaut werden, die in Europa verkauft werden und so weiter. Aber wenn in Deutschland dann deutlich mehr Tesla unterwegs sind, wenn es dann heißen wird, ja, wir haben aber jetzt gerade doch nicht genug Atomstrom zur Verfügung, weil wir die Werke ja abbauen, da können die Autos jetzt gerade nicht geladen werden. Und da bin ich auf sein Gesicht gespannt, weil das hat er garantiert noch nicht so richtig auf dem Schirm, glaube ich. In diesem Sinne meine Freunde, herzlichen Dank fürs Zuschauen, Daumen hoch fürs Video, freut mich sehr, abonnieren nicht vergessen, alles bleibt scheiße, bis zum nächsten und ciao.